Guten Morgen meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFT-Devisenradar am 2. März. Ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Donnerstag. Ja, Chris Kammerau und er, JFT wieder hier am Start, um euch ein Stück weit mal zu veranschaulichen, was heute speziell beim Gold- und Silberpreis abgeht. Wie ihr seht es ja schon hier, Gold und Silber vor weiterer Schwäche und wir sehen ja seit Wochenbeginn nach den jüngsten starken Erholungen eine leichte Schwäche. Die Frage ist, setzt es sich weiter fort, kehrt es sich um, sehen wir einen Rebound oder gehen wir doch wieder in eine größere Korrekturwelle rein. Fragen über Fragen, die wollen wir heute mal anhand der Chartbeschau ein Stück weit durchleuchten, ein Stück weit beleuchten und insofern widmen wir uns gleich mal dann hier dem Chart. Nochmal der Hinweis, wie gesagt, einerseits immer jeder handelt auf eigenes Risiko und andererseits natürlich, dass sie bei JFT Gold und Silber am Interbankenmarkt handeln und sozusagen keine Derivate oder irgendwelche Produkte, sondern hier vielmehr ganz klar die einzigste Wahrheit, nämlich den realen Spotpreis. Ganz, ganz entscheidend, ganz, ganz wichtig und insofern wollen wir uns doch mal hier der eigentlichen Frage widmen, wie es jetzt hier konkret weitergehen kann. Letztlich der Punkt, wir werden mal sehen, was der Goldpreis auch im großen Bild sozusagen zu veranschaulichen hat und das ist genau das, was ich Ihnen jetzt mal kurz zeigen will. Und zwar holen wir uns da mal den großen Chart rüber. Ja, Gold im 15-Jahres-Verlauf. Generell, ihr seht, dass der Goldpreis hier übergeordnet in der Aufwertungsphase seit dem neuen Jahrtausend deutlich zugelegt. Jetzt hier eine Abwärtsbewegung, die ganz klar zeigt, dass der Goldpreis oder der Geldpreis immer noch in einer übergeordneten Korrekturbewegung steckt. Diese allerdings hier eben vor der psychologischen Marke von 1000 Dollar ihren Stopp-Punkt, ihren Tiefpunkt fand im Dezember 2015. Dann gab es eine schöne Erholungsbewegung, die aktuell aber nur als Korrektiv eingeschätzt werden kann, da übergeordnet, wie gesagt, markante Hochlevels noch nicht überwunden wurden. Insbesondere auch hier die Marke von 1430, 1500 wäre auf dem Weg nach oben ein wichtiger Knackpunkt. Da sind wir noch sehr, sehr weit weg. Tatsache aber, nach dem Korrekturbewegung und Erholungsimpuls ging es denn hier zum Ende des Jahres 2016 wieder gen Süden. Dann haben wir hier einen klassischen Pullback an dieser Abwärtstrendlinie gesehen. Ja, wirklich geradezu klassisch, auch hier dann sozusagen ein Fibonacci-Level noch anzulegen etc. etc. Letztlich ging es dann hier insbesondere im Januar und Februar schön nach oben. Und jetzt die Frage März, wie geht es weiter? Es könnte sich im Märzverlauf hier eine leichte Schwäche einstellen. Das wollen wir mal vorab schon mal signalisieren. Und deswegen der Blick in den Chart oder zu dem Chart vielmehr. Und zwar, Sie sehen hier den Goldpreis in verschiedenen Timeframes. Man kann es sich hier sehr schön justieren und sozusagen auch hier im Guidance-Desk aufbauen. Und dann übrigens auch hier natürlich die Möglichkeit, über JFD hier in Guidance zu handeln. Sei auch erwähnt an dieser Stelle. Gut, jetzt mal aber in den Tagesschart von dem ganz großen Bild. Hier sehen Sie die Tendenzpfeile der jüngsten Zeit vor dem Hintergrund, dass wir hier beim JFD-Devisenradar immer mittwochs, 15 bis 16 Uhr, auch den Goldpreis unter die Lupe nahmen. Und ja, er hat es nicht geschafft, diesem grünen ABCD-Verlauf grundsätzlich zu folgen. Das ist ein Stück weit bedauerlich, aber wir sind natürlich hier auch nicht in einem Fahrplan auf Schienen, wo man alles immer genau vorhersagen kann. Beziehungsweise geschweige denn, der Markt sozusagen hier immer geradlinig nur eine Richtung einschlägt. Und insofern mal abwarten, was passiert. Technisch gesehen spielt sich hier eine Gegenbewegung ab, die man jetzt durchaus hier auch ein Stück weit tiefer eben fahren kann. Auch wenn rein das ABCD-Längenverhältnis nicht erreicht wurde, deutet sich jetzt hier eine weitere Schwäche an, die auch, und dazu ziehen wir mal den Tagesschart, die auch hier nach leichter Schwankung sozusagen hier im weiteren Märzverlauf ihren Zuspruch finden könnte. Ja, also lassen wir uns ja auch hier noch ein bisschen Stabilisierung erfahren, meinetwegen. Aber es deutet sich darauf, oder es deutet viel darauf hin, dass wir hier das Fibonacci Level 23.6, haben wir eine schöne Support-Linie, Horizontalbereich. Und aber auch insbesondere gegebenenfalls hier die Marke von 1210. Das ist noch das viel, viel entscheidendere Level, dass wir eben diese Marken anlaufen. Hier 1210 war auch auf der WUT letztes Jahr. Sehr, sehr interessant, haben wir den Lifeshart untersucht vom Goldpreis vor dem Hintergrund. Hier schöne Rebound-Möglichkeit oder aber, wenn der Durchbruch kommt, segelt der Goldpreis wohl weiter nach unten. Und dieses Level war auch hier zuletzt im Januar schon mal ein Thema. Ja, man sieht, die Price-Action in dieser Zone ist interessant. Insofern wäre ein Pullback an dieses Level, ich will mal fast sagen, sehr, sehr schön, um eine Re-Entry-Chance beim Goldpreis zu bekommen, die dann hier eine Attacke auf diese Abwärtstrendlinie zulassen würde. Nach oben hin, wie gesagt, muss noch einiges passieren. De facto technisch wäre es sehr negativ, wenn der Goldpreis unter 1210, insbesondere unter 1200 Dollar, hier unser, zurücksinkt. Und wenn das passiert, wenn der Goldpreis wirklich deutlicher einbricht unter dieses Level, dann muss man ganz klar sagen, dürfte sich die Korrektur, Sie sehen, diesen grauen Tendenzfall wohl weiter fortsetzen. Ich denke aber, im Idealfall dreht der Goldpreis auch hier im Bereich 1210 wieder auf. Wir schauen mal, was die Saisonalität dazu sagt, wie es denn praktisch über den März hinaus in den April hinein aussieht. Und siehe da, Ende März können wir ein lokales Tief gefunden haben, um dann praktisch mit dem April wieder Rückenwind zu bekommen, dass der Goldpreis dann auftritt. Man kann sich, wie gesagt, zeitlich alles ein Stück weit ausdehnen, rein von der Zeitachse hier wäre praktisch das hier Ende des Monats. Insofern kann das sich natürlich auch ausdehnen. Die Tendenzfalle sollen einfach nur prognostizieren, wohin denn die Richtung jetzt gehen könnte. Und da ist theoretisch meine Ahnung, dass es durchaus ein Stück weit gen Süden gehen kann beim Goldpreis. Gut, Goldpreis hätten wir in dem Fall verarztet. Schauen wir jetzt mal auf Silber. Ein Stück weit eine andere Konstellation. Der Silberpreis, wir gehen jetzt nicht mehr speziell gleich in den Daily, um es nicht zu weit ausdehnen zu lassen. Aber der Silberpreis natürlich auch mit einem schönen Movement nach oben. Hier bärische Flagge aufgelöst, hatten wir alles schon im vergangenen Devisenradar mal diskutiert. Technisch gesehen aber der Silberpreis in einer besseren Verfassung. A, weil wir diesen Abwärtstrend schon gebrochen haben. B, das Momentum, wenn gleich immer einzelne Zwischentage schwach waren, weiter nach oben zeigt. Der Silberpreis also hier ein Stück weit sich als Outperformer darstellt. Und auch im Sinne der Saisonalität, hier sehen Sie Xack USD, die Saisonalität. Auch hier ein ganz anderes Bild beim Silberpreis. Und das heißt, der Silberpreis hat hier augenblicklich offenbar die besseren Karten im Sinne eines positiven Bias. Das ist, auch wenn eine Konsolidierung kommt, es muss hier noch nicht mal zu einem Pullback an diese Abwärtstrendlinie kommen, wie dieser grau gestrichelte Pfeil hier signalisieren soll. Es könnte sich hier wirklich um marginale Rücksetzer handeln, wo der Goldpreis stärker zurückschlägt. Der Silberpreis sich aber relativ gut hält. Und beim Silberpreis bleibt das Ziellevel 19 Dollar. Ja, das ist hier eine Zielmarke. Da schauen wir uns mal raus. Schöner Horizontalbereich. Ich will gar nicht zu weit in die Geschichte zurückgehen. Aber hier ist definitiv auch eine Price Action Zone, die es anzulaufen gilt. Und wenn wir 19 Dollar hier uns erreicht haben, dann könnte es hier auch wieder insbesondere in diesem Bereich eine Konsolidierung geben, um dann, wenn der Silberpreis weiter Auftrieb erfährt, dann auch gestützt vom Goldpreis im April möglicherweise hier dann noch weiter nach oben aufzudrehen. Klar, kritisch wäre es, wenn der Silberpreis im Rahmen einer Goldpreisschwäche hier wieder deutlich unter diese Abwärtstrendlinie einbricht. Kann man auch hier dieses Horizontallevel mal nehmen. 17,16 Dollar, 17,50 Dollar wäre insbesondere ein Niveau, wo ich doch schon sage, also wenn es da runter geht, dann könnte der Silberpreis in eine stärkere Korrektur übergehen. Sehe ich aber augenblicklich, wie gesagt, nicht. Wir haben positiven Rückenwind, wir haben einen schartechnischen Ausbruch. Konsolidierung, ja, große Korrektur, eigentlich nein. Der Silberpreis hat noch Luft nach oben. Technisch, wie gesagt, stärker sogar als der Goldpreis. Insofern sehr, sehr spannende Situation. Auch gleich, wenn hier, und das ist immer ganz schön zu sehen, ich zeige es Ihnen heute mal exemplarisch, ja, der ADX hier ein sehr, sehr starkes Trendmomentum aufweist, muss es nicht heißen, dass es hier in Kürze kippt, aber Sie sehen, wenn die Hochpunkte erreicht wurden, dann kann es immer dazu kommen, dass es hier eine Gegenbewegung gibt. Ist kein heiliger Gral. Wir sind, wie gesagt, in einem schönen Trendmomentumsflow. Und insofern warten wir mal ab, was passiert. Was ich allerdings heute noch habe, ist, gerade im Sinne auch dieser zuspitzenden ADX-Bewegung hier, eine negative Fuzzi-Vektor-Logik. Und wir sehen auch heute hier beim Silberpreis, ja, noch einen positiven Tag, aber eine leichte Schwäche. Insofern lassen Sie uns mal kurz in die Stunde noch gehen. Und ich zeige Ihnen mal gerade das Pattern der Fuzzi-Vektor-Logik, was sich heute hier offenbart beim Silberpreis. Und da sehen wir eine bärische Tendenz mit einem Abschlag von rund 0,8 und 0,7 Prozent. Hier auch deutlich über 30 Erscheinungen, also beide Pattern sozusagen relevant. Und hinzu kommt auch noch, und das ist natürlich das i-Tüpfelchen an so einer Situation Intraday, dass Silber heute XAC-USD hier einen schwachen Handelstag statistisch hat. Nur 48 Prozent positive Schlusspreise. Schauen wir uns das mal an, wie das im 24-Stunden-Modus aussieht oder im 7-24-Stunden-Modus. 7-22 mit Verlaub. Auch hier der Donnerstag, der schwächste Handelstag. Also definitiv, das Ganze vor dem Hintergrund eines negativen Patterns. Das theoretische Hoch wird heute bei 1843, 1848 gesehen, hier in der Asia-Session punktuell erreicht. Soll heißen, könnte anhand des heutigen Schwächeimpulses durchaus weiter zurückgehen, insbesondere, ob wir noch mal einen neuen Fall, wenn wir ein neues Tagestief machen und den Pivot-Point unterschreiten, meine lieben Zuschauer. Dann geht es wohl gern Süden. Und dann sieht es so aus, als würden wir hier die technischen Tiefs im Bereich 1814, 1817 ansteuern. Ja, also hier so diesen Bereich. Da wären wir auch ein Stück weit unter den jüngsten Tagestiefs. Aber spricht auch dafür, dass wir hier durchaus eine kurzweilige Konsolidierung sehen. Hier eine Horizontalunterstützung, die sich anhand der Preis-Action hier der letzten Tage ableiten lässt. Also insofern, Support könnte aber, wie gesagt, hier in diese Richtung gehen. Klar, hier oben Widerstandsbereich. Da nicht rübergehen, bleibt die Lage bärisch. Also hier sehen Sie richtig schön, wie der Silberpreis sich unlängst den Kopf gestoßen hat. Hier aber, wie gesagt, Unterstützung. Vielleicht im Sinne der negativen Fuzzi-Vektor-Logik gibt es ein Fake-Out nach unten. Also definitiv Schwäche nach dem schwachen Handelstag, nach dem schwachen Fuzzi-Vektor-Logik-Pattern. Sieht eigentlich wirklich danach aus, als könnte es heute gern Süden gehen. Die Wahrscheinlichkeit kann nicht ausgeschlossen werden. Statistisch spricht vieles dafür. Wir haben allerdings heute natürlich auch noch News. Ja, muss man immer wieder sehen. Heute auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Wie immer waren früher mal ein Stück weit mehr im Fokus. Ja, okay, die Non-Form-Payrolls übrigens am 10.03. dann, also nicht diesen Freitag, sondern nächste Woche. Da gibt es sicherlich reichlich Action. Können wir uns diesen Freitag noch nicht drauf freuen, aber nächste Woche geht es dann da zur Sache. Grundsätzlich jetzt aber hier Intraday gesehen, der Silberpreis heute vor einer leicht schwächeren Ausgangslage. Und dann wären wir so dann auch heute wieder fertig, meine lieben Zuschauer. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Dabeisein. Hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Impulse liefern. Wenn Sie mögen, schalten Sie doch morgen wieder um 9.30 Uhr, JFD Devisenradar, Ihr Chris Kämmerer und noch einen erfolgreichen Tag. Auf bald und Tschüss.